Die Sternensammler Draußen ist es schon dunkel geworden. Wir entdecken am Himmel einen wunderschönen Mond und werden heute ganz mutig sein. Mit unseren Rucksäcken stapfen wir immer weiter aufs Feld hinaus. Die strahlenden Sterne zeigen uns den Weg. Plötzlich leuchtet es überall auf der Wiese. Glühwürmchen sind aufgetaucht. Sie tanzen mit ihren leuchtenden Popos um uns herum. Wir legen uns zu ihnen ins Gras und stellen uns vor, wir wären auch ein Leuchtkäfer. Die Grashalme schaukeln im Wind und wir machen mit. Doch auf einmal beginnen die Glühwürmchen zu flackern. Ihr Licht hat nicht mehr genug Kraft. Wir müssen ihnen helfen. Wir werden das Licht für sie zurückholen. Schließlich sind wir mutige Helden. Nun ist alles wieder finster um uns herum. Doch wir haben eine Idee. Schnell stürmen wir zum Berg der Weisheit. Denn wir wissen, auf seiner Spitze kann man den Himmel berühren. Wir müssen nur noch nach den Sternen greifen und ihr Licht zu den Glühwürmchen bringen, damit sie wieder leuchten können. Wir verstauen so viel Licht, wie wir nur tragen können in unserem Rucksack und eilen zurück auf die Wiese. Dort verteilen wir unser Licht großzügig auf alle Glühwürmchen. Zuerst auf die Glühwürmchen links von uns, dann auf diejenigen vor uns und zum Schluss auf die Glühwürmchen rechts von uns. Endlich leuchten sie wieder. Vor Freude tanzen wir gemeinsam den Popo-Glühwürmchen-Tanz. Am Ende dieses Abenteuers kehren wir nach Hause zurück und kuscheln uns in unser Bett. und dann auf die Glühwürmchen-Tanz.